Wir schauen jetzt den Kurzfilm von Jay und Aria an, Among Us, Short Film. Ich muss ehrlich sein, Chat, ich bin ehrlich, ich habe ihn schon gesehen, ich habe den gestern zu oben geschaut und ich habe den Film so fucking geil gefunden. Wer den Film noch nicht gesehen hat, der bleibt jetzt da und schaut mit mir den Film. Es ist ein Kurzfilm über das Spiel Among Us. Kennt ihr alle, wer es nicht kennt, absolut Lost und der Film ist so fucking gut gemacht. Ich würde sagen, let's go. So sieht also das Geld, heisst die Map das Geld, heisst sie so oder? So sieht das, so sieht das Raumschiff von außen aus. Ich habe den Kurzfilm so geil gefunden, weil, wenn man das Game spielt, checkt man eigentlich gar nicht, also man checkt schon um was es geht, aber du checkst nach einer Zeit nicht mehr wirklich, dass du in einem Raumschiff bist und bla bla bla, aber der Film, du checkst erst, wenn das in echt passiert wäre, wenn wirklich irgendjemand auf einem Raumschiff während jemand umgebracht hat, was das für ein fucking, für ein Stress wäre. Stell dir das mal vor, du musst einfach irgendjemanden von deinen Kollegen umbringen, weil er irgendjemanden umgebracht hat. So ne geile Film. Cardswipe, let's go Bro! Cardswipe, let's go Bro! Cardswipe wird mal nicht geschafft, Klassiker. Kescher 6оп4 Steckel 7 Tadaaaah! Und jetzt kommt's Meeting! Waaah Bro Stell dir mal vor, birdsindcily newmal eingesplossen und irgendjemandeser umgebracht wurde und die müssen jetzt herausfinden, welches gjmacht hat. Zum Glück ist der Gnossi eine Pecats-Vibe. Hahahaha! Bro, wo haben die das gefilmt? Das sieht ja soo sick aus, Alter. Und es ist auf Englisch, also für dich wird kein Englisch verstehen. Hahahaha! Stab mit einem Knapp. Was suggestest? Du hast eine richtige Diskussion, wenn wir auch Manga spielen. Upp, schau, hast du es gesehen? Nuhuhuhuhuhu! Er wurde mordert? Oh mein Gott, das ist ja real einfach der Synchronsprecher von House of Scales, bro. Es ist einfach ohne Scheiss der Synchronsprecher von Denver. Es ist echt zu wild, was die hier gemacht haben. Wie haben die das gemacht? Exactly. Und mit der Kamera. Nuhuhuhu! Aber ich wusste gar nicht, dass ein Synchronsprecher von Denver auch Schauspieler ist. Ich meinte, das ist nur ein Synchronsprecher. Hahahaha! So lacht der Denver etwa. No one's getting out of here until we get to the bottom of this. Ridiculous. Why would anyone here want to shank one of our own? Oh. Ehm. Der Denver, bro? Das Virus. Warte, Artie. Sie sagten, es ist hier auf dem Schiff. Was sprechen Sie von euch? Wir haben noch kein Name für ihn. Vor allem sind ja alles Deutsche und der Film ist sehr akzentfrei. Also ich habe fast keinen deutschen Akzent. Bei jemandem, ich glaube bei der einen der Frau ein bisschen. Aber den Denver eh sehr gut. Jane and Arya auch sehr gut. Aber erst mal random. Da kann man jemand raus schiessen. Bro, die Frau hat so ein langes Gesicht. Ist einfach straight up eine Giraffe. Aber eine Giraffe. Ich will nicht ein Poetsch der Wild. Blau in mir sass. Blau safe sass. Die Scanners in MedBay, Bro. Leute, die Amongas nicht kennen, jetzt so. Bro, ich check nix. Es ist einfach Denver. Ich komme nicht auf klar. Es ist einfach Denver. Ich komme nicht auf klar. Es ist einfach Denver. Well. Before going to bed, I remember seeing purple in the hallway. Between Upper Engine and Cafeteria. Weisst du, die haben so richtige Punkte beim diskutieren. Bei uns ist es mehr so. Random Road. Einfach mal reinfetzen. Was? Das ist so. Sie sollte ein Elektro-Code sein. Ich bin nicht verstanden. Warte, nein. Das ist... Jett, glaub ich, da hat es schon mal eine Situation gegeben, wo so etwas wirklich im Real Life passiert ist. Die Leute sahen sie irgendwo und irgendjemand wurde umgebracht. Und dann musste man herausfinden, wer es war. Glaubst du, hat es das schon mal gegeben? Das ist nicht so, wie es passiert. Ja, Purple wusste nicht, wie man die Logs auf Mira lernt. Sie weiß wahrscheinlich, wie man sich um Surveillance-Cams zu. Leute, komm mal. Das macht nicht Sinn. Orange. Get that knife away from her. Black is obviously lying. It has to be her or she wouldn't lie like that. Are you doing tasks in electrical or not? I was. Fixing wires. And you were there the entire time? I had to redo them. Ich glaube im Fall auch, dass die das real gemacht haben. Das ist gar nicht gefilmt. Also die haben wirklich jemand aus dem Raumschiff raus... Ejected. Hahahaha. Several times, so yeah. It just so happens that no one was around to confirm your story, huh? Sus. Purple and back away from the knife. What about green? And I'm yellow never got a... Der ist sass. Der dude von mir ganz klasse sass. Nächste Runde die Augen. Auch auf der Falte. So long so he has a motor too, right? All black. She has no proof. She even saw me. Where and everybody let's be rational here. Oh damn. Oh damn. It has to be her. Come on guys. Please calm down. Blue is right. We can still talk about this. Or we can toss the bitch overboard. Purple is going. Bye bye. Bye. Der ist sass. Der Indy-Dude ist sass für mich. Weisst du, im Spiel kommt das gar nicht so rüber. Wenn ich jetzt den Can rauswirf, dann juckt mich das null. Checkt ihr, wie ich meine. Aber wenn da jetzt der Can in dieser Schleuse wäre, dann würde es mich auch null jucken, lol. Haha. Please. Please, I can't do this. Please. I was only facing the audience. I ain't got anything wrong. Random vote. Save random vote. Come on. Yes, I can't do this. Blue. That's the virus you're talking to. Get me out of here. If we don't get rid of her now, she could kill you. Please. Or me. Der ist auch sass. Der Strubelkopf. Der Bujol. Der Nudelkopf. Der ist sass. Or black. 10, 9, 8, Und ihr habt ein langes Gesicht. 7, 6, 5, Get me out of here! 3, 2, 1, Get me out of here! Alter, stellt euch das einfach mal vor, Mann. Das ist... Das ist echt diese andere Todesstrafe, Bro. Aber ist so gut gemacht einfach! Das war's. Es hat mich fertig gemacht. Alles klar, wir gehen. Wir haben noch viele Tasche, die wir tun haben. Denver, Bro. Jetzt hat er noch müssen kommen, was er gechecktet? E-e-e-ja... Ja, Digga, scheiss Wort. Cap, I've been thinking about this. I don't think we... Yo. Es ist so geil gemacht einfach. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, im Game gehen die Runden, wo man Tasks macht, ja mega kurz, aber im echten Leben wäre das ja so 1-2 Tage. Also jede Runde im Game wäre ja so 1-2 Tage, wo man irgendwelche Tasks macht. Also Wires fixen würde dann vielleicht einen halben Tag gehen oder so. Das heisst, das ist in Echt, das wäre es ja nicht so schnell. Also... Ist ja... Macht Sinn, oder? Macht Sinn, gell? Ja. Cap! Denver, nein! Aber jetzt mal Real Rap. Das stimmt im Fall wirklich. Die Geschichte... Die Geschichte hat schuhe gut in einem 1,5-Stunden-Film verpacken. Also einfach die Among Us. Das reine Prinzip Among Us. Irgendes Schiff, wo jemand der Mörder drauf ist, und dann könntest du übel nice 1,5-Stunden-Film machen. 4. 5. 5. Ich... 5. 5. 7. 5. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. Ich probier's gar nicht Leute, ich probier's gar nicht. «You gotta believe me, that's enough, Green! The death of orange left me in charge, so stand down!» Okay, ein bisschen cringe ist es schon, wenn man weiss, dass sie eigentlich Deutsch reden, aber so auf Try-Hard Englisch reden. Ist ein bisschen cringe, aber sie tun gut. «We cannot afford another mistake, alright? Clearly the imposter is still among us.» «I know he is.» Wie lange ich nicht gecheckt habe, dass das Spiel «Among Us» heisst, weil ein Imposter «Among Us» komplett lost ist. «Captain, you're sitting right there in front of us.» «If I remember correctly, you were very vocal about blaming Purple.» «Now obviously, she was innocent.» «So that puts you under suspicion as well.» «M-me? Now you're sitting me? All I said was that I saw in the hallway when she should have been an electrical.» «Hey, leave her out of this.» «Ja, ich bin richtig im Film denn im Fall.» «She has nothing to do with it.» «Sweet.» «Nah, neither one of the two skilled sweethearts would be any.» «Das ist so sass, Bro! Das ist so sass.» «The Imposter, right? Can't be. I mean, they've been super busy, obviously, inspecting samples in Medbay lately, huh?» «Hey, you better watch what you say, man.» «Let's just think about this logically, okay? Why would Boo purposely draw attention to himself? I mean, what? He kills Orange and then decides to shatter his glass and wait for someone to find him.» «Einfach mal so 50-50 auf ihn.» «Ja, komm, chill. Einfach mal rausschissen, der Dude.» «Hehe, das wäre verdammt hart einfach.» «Das wäre so hart.» «Maybe that was his big brain strategy behind it.» «Big brain.» «Reverse psychology.» «Ooh, I'm blue. I'm so shocked. I even dropped my drink. So it's definitely not me.» «He was against killing purple. So, why?» «If it isn't blue, then it has to be one of us. And it's definitely not me. So, that leaves you two.» «Das ist immer das geilste Argument bei Among Us.» «Also, ich bin's nicht gewesen.» «Das ist mein Argument. Ich bin's nicht gewesen.» «Alles easy. Let's go.» «Well, I happened to be on cams. And I didn't see you anywhere.» «So, where were you?» «Downloading data and communications.» «Haha! Als ob's das geht, Bro. Das gibt's nur mehr in dem Spiel.» «Das klingt so falsch, wenn's das in echt einfach gäbe.» «Why were you on cams again? I mean, we all thought it was purple.» «So, what were you looking for?» «Das ist richtig, richtiger Film, Alter.» «How blue's trying to pit us against each other.» «Come on, only a sicko like him will be able to jam a goddamn knife through the Captain's skull.» «Yo.» «Die Musik ist auch richtig nice.» «Why are you looking at me like that?» «The knife went through his skull. And we're saying, Blue was the first one to find the body.» «Yo, Digger, ich bin so im Film drin, ich kann gar nichts sagen.» «Ich vergiss manchmal, dass ich in einem Stream bin, Bro.» «Also, wie's kommt mir bis jetzt gar noch gar nichts vor.» «Ja gut, ich weiss, was es gewesen ist.» «Ich habe den Film schon gesehen, aber was ist für euch so.» «Ich sage mal so, ihr werdet jetzt nicht erwarten, was am Schluss gewesen ist.» «I never mentioned that he was stepped in the head.» «Oh damn.» «Seal of weapons in O2.» «Alle, so sieht es einfach das Geld von innen aus. Crazy.» «Aber ich finde es nice, dass sie es in einen Kurzfilm verpackt haben und nicht in einen eineinhalbstündigen Film.» «Nein, nein, ich meine nicht, dass sie einen Film machen sollten, ich glaube, das hätte sie auch nicht geschafft.» «Aber rein so das Prinzip von, man ist auf einem Raumschiff und jemand hat innen etwas gemacht und man muss herausfinden, wer es ist.» «Das könntest du selbst sehr nice in einen eineinhalbstündigen Film verpacken.» «Also nicht das so, sondern wirklich ein richtiger Kinofilm.» «No, please listen to me, you're making a huge mistake.» «Die hat so Sastri geschaut gerade.» «He was already dead when I found him! I swear! Please, I can just stop!» «So sieht es aus, wenn man jemand rausavotet.» «Genau so, das passiert eben.» «Dem, der am Gaming ist.» «So geil gemacht.» «Aber ohne Scheisse.» «Es hat einfach Kino-Level auf YouTube.» «Sie, die sie warum sind.» «Ja, jetzt wiederhibitionen.» «Okay, ich habe schon jetzt den Film und einen Film gefahren.» «Mit danach haben wir einen Preis gekämpft.» «Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju!», «Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-Ju-JuHa-Ju-Ju!» Was machst du jetzt? Die Frage ist, hat sie gewonnen oder kann sie noch runtersteppen? Die ist so sass. Es war klar, dass es das Ross ist. Nur das Ross macht so etwas. Hey, Chat! So ein niceer Kurzfilm für YouTube-Verhältnis. Aber was ich mir frage, was bringt es ihr jetzt, wenn sie alle umgebracht hat, weil jetzt kann sie das Raumschiff nicht mehr fliegen? Also, jetzt stirbt sie ja eh. Aber trotzdem, Omega Lul, dass sie es war. Aber mega geil gemacht. Holy shit. My heart just got stuck between these loops. My mind got stuck in between these groups.